Sie wissen ja Bescheid, also fasse ich mich kurz. Obwohl der Besuch der Grundschule verpflichtend ist und kostenlos, besuchen mehr als die Hälfte der Kinder aus der 6. Klasse keine weiterführenden Schulen. Laut Schülertesttabelle sind wir die schlechteste Schule. Wir dürfen unsere Schützlinge nicht im Stich lassen. Wie lautet Ihre Geschichte? Sie wollten hierher, weil... Vielleicht bin ich irre. Heilung! Uns läuft die Zeit davon. Was ist mit den Tischen passiert? Das sind keine Tische. Wieso liegen die auf dem Kopf? Das sind Rettungsboote. Und das ist kein Fußboden, das ist der OCR. Jedes Boot kann nur die gleiche Anzahl an Menschen aufnehmen. Wir sind 23, es gibt nur 6 Boote. Los, kriegt es raus. 5, 4, 3... Was zum Teufel ist hier los? Da ist noch ein Passagier. Helft ihm! Heilung! Ich möchte nur verstehen, was Sie an der Schule versuchen zu tun. Seit 100 Jahren sind die Lehrmethoden gleich geblieben. Stechen Sie in keinem Westen, okay? Nein, 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 nein. Wieso soll ich... Nein. Wartet drauf los! Es macht nichts, wenn ihr falsch steht. Wichtig ist, dass ihr es versucht. Wer will als erstes einen Fehler machen? Was du nötig hast, was jeder von euch nötig hat, hast du schon. Und das nennt man Potenzial. Das ist das unscharfe Licht. Was passiert, wenn wir es fokussieren? Wenn ihr denkt, das war cool, gefällt euch das nicht nur noch mehr. Passt auf, was passiert, wenn man eine Flasche mit Benzin... Let's see! Wir sehen uns schon mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.